So, dann gehen wir mal weiter. Sollen wir eigentlich die Fahrzeuge schon hochjagen? Ja, ich weiß nicht. Die Frage ist, ob wir hier nochmal hinkommen, ne? Und wer weiß, was die noch auslösen. Nachher geht das ganze Gebäude hoch, also. Ja, wer warten wir noch? Aber hier ist auch eine Abwehr, kann das sein? Ja, normal musst du dieses Panzerfahrzeug kaputt machen. Ich glaube, wenn du das hochjagst, geht alles sowieso hoch. Aber es ist dann angerottet auf der Karte, was so aussieht wie so eine Fuchsmaske. Ja, das ist irgendwie ein Ringstand. Da ist irgendwie ein Atelier geschützt drauf, da oben. Ja, da müssen wir auch hin. Ja. Aber wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Wir gehen jetzt da hinten weiter. Ja. Aber die nächste Munitionskiste überlässt du bitte mir, ne? Weil ich brauche unbedingt gehen. Ich habe verstanden, Herr Ochsen. Unbedingt. Okay, Leute. So, Vorsicht. Hier könnten noch Gegner sein, die wir nicht... Äh... Das sind doch garantiert. Was halten Sie davon, wenn wir hier mal nach oben gehen? Oben ist immer droben, äh, droben ist oben, äh, ist gut. Aber ich will gerade mal eben gucken. Hier ist gerade, bietet sich gerade so ein bisschen der Wetterhahn an. Ja, guck du mal nach dem Adler. Äh, nach dem Adler, meine ich. Und ich guck mal hier eben. Wenn wir mal auf Amaro Berto gehen, das wäre schon ganz gut aufs Dach. Vielleicht können wir da besser was sehen. Leute, wie groß ist das denn hier? Ich fasse das manchmal nicht, ey. Boah, ist das riesig. Ja, es ist wirklich riesig. Aber, dementsprechend haben wir hier auch jede Menge zum Finden. Und... Das werden wir auf jeden Fall auch tun. Wir werden alles absuchen, ihr Leute. Aber hier, die... ganzen Stahlteile. Hä? Was war das? Was war das? Der hat doch gerade irgendwas eingeblondet. Versuch mal hier aufs Dach zu kommen. Wie viel geh ich dann laufen denn hier rum? Ich weiß nicht. Das sag ich Ihnen gleich, wenn ich oben bin. Sofern hier oben keiner ist. Okay, hier haben wir einen Suchscheinwerfer. Oh, hier liegen... Ach, hier liegen gar nichts. Okay. Oh, hier hat man aber eine sehr gute Aussicht. Ja, ich komme mal dahin, wo ich auch hin wollte. Okay, hier können wir den ausschalten. So, hier haben wir einen Suchscheinwerfer. Können wir den sabotieren? Ja, den können wir deaktivieren. Das mache ich auch mal. Oh, oh. Hat keiner gehört, ne? Alter. Alter Belly, was ist denn hier los? Okay, die... Rock Lady mit dem Fernglas ist wieder on Tour. Und ich habe ja schon einige markiert. Ja, ich sehe das schon. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Verleuchtet der grüne Punkt. Der grüne Punkt leuchtet aus. Oh, wer bist denn du? Mein Freund. Ist das riesig hier. Ja, das ist nur ein kleiner Bereich hier, ne? Da ist noch jemand. Infanterie. Oh, da ist ein Lautsprecher, der gefällt mir nicht. Da ist auch noch einer. Da ist noch einer. Lieferung finden ist da hinten. Waffen zerstören ist da. Da ist noch einer. Wäre natürlich witzig, wenn hier oben irgendwo der Adler sitzt. Der ist, der ist, der ist, der nicht sitzt. Was ist das denn da? Ein Bäumchen, ne? Man, die haben ihn ja immer so versteckt, dass man ihn wirklich nur von manchen Positionen aussieht. Okay, Leute. Hier bietet sich das wirklich an, ne? Weil die kann man auch schön weit schießen. Guck mal, die Tauben hängen in der Luft. Die weißen Tauben sind müde. Hm. Ihr habt da was Grünes. Und daneben könnte der Adler sein. Die reden da unten. Was ist da los? Und Unruhe, Aufruhr. Noch jemand. Der Eckart Hasselfadder. Okay. Hat in Papas Bibliothek gerne P.G. Wodlhaus gelesen. Ah. Verstehe. Wir könnten natürlich jetzt richtig Randalier machen. Unsere Fahrzeuge hochjagen, oder was? Indem wir Fahrzeuge hochjagen. Und Fässer und sowas alles. Könnte man tun, ja. Aber das wollen wir nicht. Weil dann ist da ein Randalier. Dann ist die richtig Terz. Und wir wollen die alle leise holen. Genau. Und dann schicken die uns auch keinen Panzerspähwagen auf und alles. Überleg mal, der kommt. So sieht's aus. Also. Dann würde ich ja glatt mal sagen, dann starten wir mal, ne? Und wir gucken mal auf die Karte. Wir sind jetzt da. Ich würde sagen, wir gehen runter und gehen hinten mal zu den Gleisen hier hinten. Zu den Zügen. Gucken mal, ob da noch irgendwas ist. Da könnte ja auch so ein Adler sein, ne? Also, ich möchte ja vorschlagen, wir gehen runter und machen die Biegung der Gleise nach rechts. Da, wo die drei Gegner sind. Ja, und ich wäre dafür, wenn wir hier bei diesen... Aber wir gehen hinten rum. Wir gehen nicht hier vorne rum. Was ist denn mit dem Abstellgleis? Da möchte ich gerne einmal in die Wackung. Da bin ich ja umweg. Ich meine, die Wagen sind zu, aber man kann ja mal kicken, ob da was ist. Man kann ja mal gucken. Dann machen wir das doch mal. So, sie sind schon nach unten am Rummeln. Äh, was hängen? Nein, ich will nicht hängen. Nein. Los, kommen sie runter da. Ja, der wollte hängen. Ich wollte aber nicht hängen. Können wir runter. So, ich habe nur noch neun Schuss in meiner Wummelse. Ja, ich habe zehn. Ist auch nicht viel wehsinniger. So. Du musst aufpassen. Einer da oben, den könnten wir mit einem Scharfschützenschuss mal wegmachen. Ja, der hört ja dann aber auch. Wenn ich den jetzt weghole. Ja. Nein, machen sie es nicht, oder? Ja, der könnte uns aber sehen. Ja, und den könnte aber auch jemand sehen, den wir nicht sehen. Okay, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Okay, ich gehe mal zu den Abstillgleisen, würde ich sagen. Was ist denn mit der Lampe hier? Warte. Danke. Damit hätte ich nur noch neun Schuss. Genau, da sind wir beide auf dem selben Level. So sieht das aus. Oh, den haben sie aber gut geparkt hier. Sehr gut geparkt. So, hier geht es nicht mehr weiter. Ja. Also, müssen wir jetzt, wohl oder übel, ein nach dem anderen, leise, erledigen. Selfmäßig, äh, jawohl. So sieht das aus. Der Erste wäre nämlich der Kamerad hier oben. Wäre schön, wenn man da hochkommen würde. Mach mal eben den Blick der Blicke. Was ist denn da? Ist das ein Flugzeug? Oder ist das ein... Ein Vogel? Ist das ne Drone? Ne Drone. Ich guck mal, ob ich den da oben holen kann. Ähm. Wie wolltest du den holen? Fragezeit. Ja, einfach mal mitkommen und nicht immer in Sicherheit... Ich bin nicht in Sicherheit. Ich guck die Dekker ab, da. 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 Oh, warte mal, hier ist noch ne Lampe. Die mach ich mal eben aus. Ich gehe hier hoch. Hör doch, mein, warum? Ja, weil dunkel. Mein Gott, nee. Vorsicht, der war alarmiert. Ja, genau. Genau, danke. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Vorsicht. Kommt der hier hin? Dahinter war aber noch einer. Vorsicht, da sind zwei. Gut, sehr schön. Sehr schön. Hat keiner gemerkt, glaube ich. Jawohl. Sauber. Hat Ihnen das denn was gebracht, das ich gesagt habe, da ist noch eine, zwei... Oh nein. Verdammt, kaum noch Munition, Alter. Immer wieder in das andere Gebüsch. Okay. Haben Sie aber Glück gehabt, wa? Kannst du wohl mal so... Brief in die Heimat gefunden? In die Heimat, jawohl. Guck nochmal hier alles ab. Wenn ich mal hier stehen bleib, dann gucke ich mir die Dächer an und gucke, ob irgendwo was ist, Herr Hoxton. Weil das ist ja meine Aufgabe, haben Sie gesagt. Und der Wetterhahn lässt sich leider nicht markieren. Nicht schießen, hör auf jetzt! Da kommen wieder zwei. Noch ein Abschiedsbrief gefunden? Vorsicht, da kommen wieder zwei. Na, danke, Miri, danke. Aber unten. Komm mal her, du musst ein... Nee, ich kann den doch durchsuchen. Warte mal. Der geht unten lang. Vielleicht kann ich den lücken. Lück den mal, mit dem Steinchen. Das hier wird sehr nützlich sein. Aber ich glaube, mein Freund, du musst noch ein bisschen weiterlaufen, weil hier ist noch ein bisschen mehr zu laufen. Ja, Kasta, Kasta. Nasti? Nasti. Und nun komme ich von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten kostet nämlich keine... Oh, Entschuldigung. Ich suchte mal eben. Ja, man hat es aber gehört. So, hier oben ist alles sicher. Man hat es gehört, aber nicht gesehen. Sie können mal hier antraben. Ich habe nur drei Schuss noch. Ah, ich könnte mal... Ja, mehr habe ich auch nicht. Oh, da kommt einer hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, scheiße. Der kommt hier hoch. Nein, kommt er nicht. Aber wir können ja mal hier hochlocken. Ja, lockt er mal hoch. Okay. Nescaf. Darf ich mal dran an dir vorbei? Ja, darfst du. Warte, noch ein Steinchen. Und... Oh, noch mal. Oh, noch mal. Oh, noch mal. Amore. Amore, ich sieh. Come on. Ja, vollkommt da. Schießt du? Nein, ich schieße noch nicht. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Lass ihn nach oben. Er kommt aber nicht nach oben. Oh, er kommt. sauber gemacht sehr sauber besuchen sie den ja mache ich kann ich nicht mehr ich kann den ich konnte den auch nicht so okay dann kommt ja auch ins gebüsch so hier ist alles sauber ich habe nur noch drei schuss ja ich auch hier ist eine offene ja genau da wollte ich auch ein man hört hier sogar die züge ja wie geil ist das denn bitteschön leute kommunikationsraum das hört sich schon sehr interessant an und da ist auch ein fragezeichen die links sich rechts oder sauber ja es sieht zumindest sauber aus ich rücke weiter vor halte ist ja richtig hier was ich komme haben die italiener denn hier fungeräte und was weiß ich nicht alles ist schön ordentlich hingestellt meine egal wir müssen da weiter in dem raum ja ja wo bist du hinter dir ist ein riesen gebäude ja was haben wir hier kosten okay abschüsse scheint alles sauber zu sein die karte ja wir müssen in den raum wir müssen geradeaus durch das der dienstplan lund 8 bis 17 30 schmerz don don hier steht dann kommen kommen hier steht kommen wir gehen mal hier durch attentat wir müssen den hafenmeister töten was das muss das büro des hafenmeisters den korrupten hafenmeister ist er ist hier drinnen in den raum recht immer gucke ich sehe den aber nicht wahnsinn ich gucke auch mal ich gehe mal hier rein vielleicht schläft der gerade hier ist niemand ok dann sind verschiedene dokumente gewonnen lazarus ne latere und das herz da noch verschiedene dokumente hier liegt dort im regal hier ist eine wumse ansonsten ist hier nix geheimgang oder sowas hat er mal angezeigt hier neuer löschen springen ok wir spielen wirklich nicht ich habe ein spring fehlt aber ich muss nicht nur munition gekriegt wo denn ach so du da war allerdings war es habe ich wieder also ich bin da auch hier lang gelaufen ich habe sie nicht gekriegt was gesagt die liefert im regal hast du gesagt ja aber ich konnte sie nicht nehmen ok leute weiter wo ist der hafenmeister die frage ist wahrscheinlich unter uns genau hier sind nämlich zwei leute vorsicht wenn sie da runter gehen diese muni große muni ich glaube die kriege ich nicht immer eine knarre rein also in die kannst du sagen wo die sind die sind draußen die man die sind draußen ist mir aber zu offen lassen sie uns von der anderen seite von unten gehen weil ich brauch die muni ja aber wenn sie jetzt gesehen werden ich habe nur drei schuss dann wird's laut ich werde nicht gesehen ich bin ja anders als sie ach so sie sind ja mehr wie so ein elefant im porzellanladen mich sieht man ja so gut wie nie naja 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 stimmt doch sie laufen wie eine gazette oder wie heißt das tier mit dem rüssel das wollen sie doch jetzt sagen auch auch muni ich komme hinter ihnen her ja 25 schuss für die pistole ich versuche mal runter hier schon längst da ich gucke mal was hier so los ist bitte gibt mir auch schüsse für die pistole ja es hat ja schon wieder alles gelootet jetzt habe ich ja die munition geben weiß ich nicht aber glaubt nicht ja geil drei schuss das denn hier auf dem tisch hier lichter noch was also die meiste arbeit gemacht ist eine lampe aber die schon mal nicht ausschießen weil sonst hier aber aber ist wo ist der typ denn steht er hier oben meine güte das ist mir alles wird viel zu offen nicht die lampe ausschießen um gottes willen nein das habe ich nicht vor der hafenmeister ist da drüben in einem gebäude drin da oben ist das groß hier ich habe den latiazza gefunden ist der hafenmeister da kommt jetzt kommt jetzt die umelke echt ja ich warte jetzt eben dieser kommt da kann ich ihn markieren aber ich glaube der ist irgendwo in dem gebäude hier drin ok dann gucken wir doch mal in das gebäude warte doch mal der ist auf jeden fall hier der ist in dem gebäude drin hier ja dann ist wirklich große leute ist das riesig ich glaube das sollte erstmal unser hauptziel sein den zu töten mitunter aber mit meinen drei schuss komme ich da nie weiter dann mache ich das komm mal hinten rum hier guck mal ob hier noch munition für dich liegt ja warte oder vielleicht auch nur so ein dober schraubenschlüssel ja ich schmeiß jetzt mit schraubenschlüssel genau ne hier ist nischt warte mal hier drüben vielleicht noch da ist so ein kleiner kamerad der wartet auf seinen tod der genau gleich passiert warte warte soll ich ihn lücken ich lück ihn mal warte mal lück den mal hier hin ja ich lücke ihn mal ja wie porno komm jetzt ran hier genau komm mal hier um die ecke genau ja komm mal weiter komm mal da lock dir mal weiter hab ich schon er kommt schon er kommt jetzt zu dir hier rum oh der macht aber viele geräusche ist das Alarm? ich höre da so viel Stimmen irgendeiner hat mich gesehen fuck hoffentlich nicht der Laterza finirai, pasto ai cani ja ich mag pasto altoni da hast du schon recht tch ich kann den nicht durchsuchen hier ja warte ich komm aber den anderen kann ich durchsuchen pasto altoni den kann ich durchsuchen ich auch, ich meinte den anderen schätze ich hab alles eingesammelt ja den kann ich glaube ich auch nicht durchsuchen ich lege den mal hier irgendwo ab den kameran ja das machen wir noch eben wir packen die mal eben zur seite ins dunkle hier und dann ist der Laterza reif aber das so stoppehopsen schön hier aber schön hier ja